Ah, du, jetzt kommt ja dann die schönste Zeit vom ganzen Jahr, die Adventszeit. Geh hör mir da auf, der Stress und diese scheinheilige Geschäftemacherei, da wird mir jetzt schon schlecht. Na, geh hör dir, das ist ja du. Weißt, ich war gestern, war ich im Ersten drin beim Punsthandel und da habe ich eine Spitzenidee gehabt. Machen wir mal von 1. bis 24. Dezember jeden Tag einen Tierlauf und da ist dann was drin, über was wir sich freuen kann. Geh Knappe, das gibt's da schon, das nennt sich Adventkalender, das ist eine alte Tradition und sogar wir haben das schon gemacht, vor zwei Jahren und letztes Jahr und ich glaube, du warst sogar dabei voriges Jahr. Na, dann macht man's halt heuer wieder. Und was schwebt da da konkret vor? Naja, da fällt dir schon was ein. Knappenadvent. 24 Türchen zur Essenz der Dinge und zum Wesen des Menschlichen. Ab 1. Dezember exklusiv auf diesem Kanal. Auf dem mit dem Daumen sind wir jetzt da. Ah, Facebook meinst du Knappe? Ja, und das mit den vielen Videos. Achso, YouTube. Und sonst noch was? Naja, das weiß ich nicht so genau. Aber wenn's interessiert, der findet uns wirklich weltweit im W-W-W. Ui, und ich hab wieder die ganze Arbeit. Na geh, hörst du, was hast du denn? Das wird ganz, ganz super. Bis dann, du bist dann. One monge. Und das war's das war. Bis zum nächsten Mal. ampfhase. Vielen Dank.